Nein, nein, ihr könnt das nicht machen und hier und nein. Und warum? Weil die Polen die Afghanen selber nicht wollen, aber pssst. Völlige Eskalation an der deutsch-polnischen Grenze. Zehn Tage hat es gedauert, die Grenze zuzumachen und Grenzkontrollen durchzuführen, bis es jetzt hier zu einem Eklat kommt. Der polnische Präsident Donald Tusk, er möchte gerne mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz über die Situation an der deutsch-polnischen Grenze reden. Es ging um eine afghanische Familie, die die deutsche Bundespolizei nach Polen zurückgeschoben hat. Was daran jetzt der Skandal sein soll, erfährst du in diesem Video. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Phänomenal, wie wenige Tage Grenzkontrollen Deutschland braucht, bis die Situation mit den Nachbarländern völlig eskaliert. Völlig eskaliert. Und wenn du mehr solchen Content haben willst, dann lass mal ein Abo auf diesem Kanal da, dann verpasst du keines. Es ging hier um einen Vorfall, der sich am vergangenen Freitag ereignete, also an dem Tag, an dem das Eröffnungsspiel Deutschland-Schottland zur EM stattgefunden hat. Und zur Erinnerung, wir kontrollieren seit dem 7.6. die deutschen Grenzen. Jetzt kam es hier zu einem Vorfall, der wurde gestern öffentlich am 17. Passiert ist er allerdings schon am 15. Also es hat zwischen 8 und 10 Tage gedauert, bis diese Grenzkontrollen so weit nach oben eskaliert sind, dass sich jetzt die beiden Staatschefs damit auseinandersetzen wollen. Und hier wird es wirklich spannend. Eine afghanische Familie hatte versucht, nach Deutschland einzureisen und ist dabei von der Bundespolizei aufgegriffen und später wieder zurückgebracht worden. Und gegen dieses Zurückbringen, da wählen sich jetzt die Polen. Die Oder, sie trennt Deutschland und Polen an einem langen Stück der Grenze voneinander. Und über Polen kommen immer wieder Flüchtlinge über die Belarus-Route eingeflogen, teilweise nach Minsk. Und so kam hier eine afghanische Familie am Freitag bestehend aus fünf Personen mit einem Fahrzeug an die deutsch-polnische Grenze und versuchte dort einzureisen. Die Brandenburger Polizei bzw. die Brandenburger haben sie dann gestoppt. Und im Rahmen der wieder eingeführten Binnengrenzkontrollen ist die Familie nicht nur gestoppt worden, sie besaßen auch polnische Asylpapiere und formulierten kein Asylgesuch. Daher hat die Bundespolizei sie gemäß der Rechtslage wieder nach Polen zurückgeführt. Und jetzt wollen sich die Polen hier beschweren. Der polnische Grenzschutz erzeigt sich entrüstet. Es gibt hier sogar ein Twitter-Posting. Sie warfen der Bundespolizei vor, die Gäste bzw. die Familie ohne Absprache zurückgebracht zu haben. Es seien Verstöße gegen die Grundsätze der Zusammenarbeit und das Überstellungsgesetz, sagen zumindestens die Polen. Hier ist der Tweet mit Übersetzung. Das Einbringen und Zurücklassen von Ausländern in Polen durch die deutsche Polizei verstieß gegen die Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen beiden Dienststellen und das Gesetz zur Regelung der Personenüberstellung. Deutsche Dienste können solche Entscheidungen nicht willkürlich treffen. Jetzt wird es spannend. Jetzt hat sich sogar der polnische Regierungschef Donald Tusk eingemischt und er erzählt hier, dass man diesen Vorfall mit Bundeskanzler Olaf Scholz erörtern wird. Es müsse detailliert geklärt sein oder geklärt werden, was hier passiert sei. Und es gibt auch einen Tweet von Donald Tusk. Und zwar, ich werde gleich mit Bundeskanzler Scholz über einen inakzeptablen Vorfall zwischen der deutschen Polizei und einer Migrantenfamilie auf unserer Seite der Grenze sprechen. Der Sachverhalt muss ausführlich erläutert werden. Und jetzt erzählt die Bundespolizei, wie die Geschichte wirklich gelaufen ist. Die polnischen Behörden haben nicht reagiert. Und zwar, die Familie wurde von den deutschen Behörden gestoppt. Und dann rufen die Deutschen bei den Polen an und sagen, wir haben hier eine Familie, die müssen wir wieder zurückführen, zurücküberstellen. Und da haben die Polen einfach Bäumchen gedreht. Es ist nichts passiert. Man hat die Situation versucht auszusetzen. Und dann hat sich eine Streife entschieden, sie die Familie an der Grenze nach Polen zu entlassen. Die Kinder sind unterwegs, haben sich unwohl gefühlt. Da hat die Polizei sogar noch in Osinov-Dolnyi eine Apotheke angesteuert, um für erste Hilfe zu sorgen. Dieser Vorfall soll jetzt intensiv nachbereitet werden. Heute, am Dienstag, treffen sich schon die Spitzen der Grenzschutzbehörden von Deutschland und Polen, um diesen Sachverhalt aufzuarbeiten und die künftige Kooperation zu besprechen. Das Interessante an diesem Fall ist, diese afghanische Familie, sie hatte für alle fünf Leute im Wagen Aufenthalts- und Asylpapiere für Polen. Und nach dem Dublin-III-Abkommen sind Leute, die in einem sicheren Drittstaat schon ein Asylgesuch gestellt haben, an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Und genau das hat die Bundespolizei gemacht. Dafür gibt es nicht nur einen Daumen hoch, dafür gibt es beide. Sie machen hier einfach endlich ihren Job und sorgen dafür, dass das endlich aufhört. Ja, dass es endlich aufhört. Die Familie hat in Polen Schutz bekommen, einen Schutzstatus oder vorläufige Papiere. Damit sind sie asylberechtigt in Polen und haben dort zu bleiben. Und wem das nicht passt, der sollte sich das vorher überlegen, wenn er versucht, über den Landweg in die Europäische Union einzureisen. Man läuft durch so viele sichere Drittstaaten, dass am Ende nicht Deutschland alle aufnehmen kann. Und ich verstehe sowieso nicht, warum sie alle nach Deutschland kommen, wegen dem 500 Euro Bürgergeld am Ende. Kann ich mir kaum vorstellen, aber viele kommen wegen dem Geld. Wieso gehen sie nicht in ihre Nachbarländer? Pakistan ist kein unsicherer Herkunftsstaat. Warum gehen Afghanen nicht nach Pakistan? Warum gehen sie nicht nach Usbekistan? Und so weiter. Die ganzen Nachbarländer, warum man nicht in den Iran geht, kann ich ja noch verstehen. Aber jetzt ist hier dieser Vorfall an der deutsch-polnischen Grenze, wo deutsche Polizisten geltendes Recht und geltendes EU-Gesetz durchgesetzt haben und die Polen sich bringen hier gleich auf und sagen, nein, nein, ihr könnt das nicht machen und hier und nein. Und warum? Weil die Polen die Afghanen selber nicht wollen. Aber pscht, das wollen sie nicht offen sagen, weil sie dann Rassisten sind und Menschenfeinde. Aber die Polen, sie nehmen mit Kusshand jeden Ukrainer, weil es ihre Brüder und Schwestern im Geiste sind, wie sie sagen, haben sie vollkommen recht. Der Kulturkreis ist sehr nah beieinander, wenn nicht sogar große Teile überlappen sich, weil sie sich überschneiden. Und zu den ganzen Moslems sagen die Polen, stop it! We don't want it! Und da kann ich nur sagen, Deutschland lernt endlich mal dazu. Er sagt auch endlich mal Stopp an der Grenze und sagt, wir wollen euch nicht, wir brauchen euch nicht. Wir haben genug Probleme im Land. Wir haben keine Schulen, keine Kitas, keine Wohnungen. Viel zu viele Ausreisepflichtige. Macht endlich zu die Tür. Und es wird spannend, diese Grenzkontrollen, sie sind nur bis zum 19. Juli angesetzt. Frau Faeser bereitet aber allerdings anscheinend vieles darauf vor, diese Kontrollen länger aufrecht zu erhalten. Es sind auch keine Kontrollen mit, wir kontrollieren jeden, sondern die Autos fahren an der Grenze vorbei und die Polizisten schauen rein und entscheiden sich, wen sie kontrollieren. So gibt es auch mit Sicherheit Grenzübergänge, die nicht überwacht werden. Ich hatte bei meinem letzten Video sehr viele Kommentare von Leuten, die im Grenzgebiet wohnen. Es sind also nur stichprobenartige Grenzkontrollen und trotzdem gehen hunderte von Straftätern ins Netz. Es sind jetzt fast 200 Haftbefehle vollstreckt worden. Es sind über drei Dutzend Schleuser auf frischer Tat ertappt worden. Und das sind alles Zeichen dafür, dass wir diese Kontrollen weiter aufrecht erhalten müssen. Ich gehe sogar noch weiter. Wenn wir unser ganzes Land schützen können von der Außengrenze, dann müssen wir im Inland mit einer Polizeikette von Süd nach Nord das ganze Land auf links drehen um jeden zu finden, der hier in diesem Land ist und zu schauen, ob er illegal ist oder nicht. Denn wir haben überhaupt keine Vorstellung davon, wie viele Leute in den letzten zehn Jahren die Grenze übertreten haben und hier verschwunden sind im Untergrund, die nie Bürgergeld beantragen, nie Asylbewerberleistungen beantragen, aber sich dennoch in unserem Staatsgebiet aufhalten. Das fände ich spannend, wenn wir dieses Land einmal auf links drehen, es quasi also den Baum schütteln und schauen, was herausfällt. Ob das jemals passieren wird? Vielleicht, aber nicht mit dieser SPD an der Regierung und mit diesen Grünen. Es ist jetzt sogar soweit, dass die Innenministerin Mitarbeiter in Usbekistan hat, die Abschiebungen vorbereiten, was eigentlich der Job von Annalena Baerbock wäre. Die hält das Ganze allerdings weiter für eine schlechte Idee. Ich halte es für eine schlechte Idee, dass die grüne Partei nochmal zur Bundestagswahl antritt. Lassen wir sie doch lieber verbieten als kriminelle Vereinigung, die sich zum Ziel gemacht hat, Deutschland abzuwirtschaften, abzuschaffen, die nationale Identität zu klauen und vor allem den Leuten auf der Nase herumzutanzen, wie Annalena Baerbock, wie Robert Habeck, die beide nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind geil auf ihren Posten. Sie sind geil auf ihre Ministerdiät und sie sind geil darauf, nochmal Minister zu sein. Allerdings haben sie keine politische Mehrheit dafür und das finde ich wirklich gut. Aber schreib mir mal deine Meinung zu diesem Vorfall an der deutsch-polnischen Grenze, dass es jetzt zur Chefsache wird, weil die deutsche Polizei ihre Arbeit macht und die Migranten, die aus Polen kommen, nach Polen zurückweist. Die Polen sollen sich gefälligst selbst darum kümmern. Schreib mir einen Kommentar unter dieses Video. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Teile das Video mit jedem, den du kennst und abonniere auch meinen Telegram-Kanal. Dann verpasst du keines meiner Videos mehr. Damit bis bald. Dann verpasst du das Video mit jedem, den du kennst,